Also ich habe jahrelang geschwiegen und nichts gesagt. Wenn jemand zu mir gesagt hat, wurdest du vergewaltigt, dann hätte ich gesagt, also mir wurde gegen meinen Willen was angetan. Ich glaube, man sollte über Trauma verstehen, dass es keine Wunde ist, die einfach so wieder heilt. Also es fühlt sich manchmal morgens an, als würde ich die Welt retten wollen, ganz alleine. In diesem Video geht es um mein Trauma und auch um sexualisierte Gewalt. Wenn ihr davon betroffen seid oder Menschen um euch herum, dann schaut dieses Video nicht alleine, holt euch Hilfe und sprecht mit jemandem. Ich bin Katharina, ich bin 25 Jahre alt. Ich studiere Soziologie und Medieninformatik hier in Berlin. Ich lauf gerade nach Hause. Es ist tatsächlich schwierig, hier so mit den ganzen Menschen und der Aufregung zu laufen. In der ersten Sekunde war es schwierig, weil ich angesprochen wurde, das hat mich quasi so rausgebracht. Im zweiten Moment hat er aber dem Hund ein Kompliment gemacht und deswegen war das völlig okay. War ja auch nicht aggressiv, aber ich habe mich in der ersten Sekunde schon angespannt. Also ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, ich habe meine gesamte Kindheit eigentlich draußen verbracht. Also ich war, ich war platinblond damals und halt immer braun durch die Sonne und ich glaube, ich war ein sehr, sehr lebensfrohes, lustiges Kind. Ich habe Witzebücher auswendig gelernt als Kind, um sie dann zu erzählen auf langen Autofahrten am liebsten. Ich bin ja auch mit Tieren immer aufgewachsen und so eine Kuh zu streicheln, hat mir auch noch nie Angst gemacht. Ich war quasi das Gegenteil von Angst in meiner Kindheit. Ich habe in einer kleineren Stadt gearbeitet und habe da jemanden kennengelernt. Also wir kannten uns flüchtig, nicht wirklich gut. Und an einem Abend hat er mehrere Leute aus dem Bekanntenkreis zu sich nach Hause eingeladen und an dem Abend hat er mich dann vergewaltigt. Also zu dem Zeitpunkt waren noch seine beiden besten Freunde mit im Raum kurz davor und die beiden sind dann vor die Tür gegangen, was sich ein bisschen im Nachhinein wie abgesprochen angefühlt hat und haben sich quasi vor seine Zimmertür gestellt. Also er hat dann alleine gehandelt, aber das davor und das danach, da waren die beiden involviert. Dann hat sich quasi alles in meinem Leben irgendwie geändert. Ich glaube, dass meine Seele für den schlimmsten Teil meinen Körper verlassen hat und woanders hingegangen hat. Und als das dann quasi um war, sind, wie wenn man ein Glas fallen lässt, sind die ganzen Scherben in verschiedene Richtungen geflogen. Manche auch außerhalb meines Körpers, also die kommen nicht mehr wieder und manche überall verteilt. Ich wollte ihn anzeigen und habe auch direkt nach der Tat, also so weit hat dann quasi mein Kopf noch funktioniert, Fotos gemacht von meinen Wunden. Ich bin aber nicht zur Frauenärztin gegangen, weil das mir quasi das Fernste war, dass mich jemand anfasst. Ich weiß, dass ich die ersten Tage wirklich nichts anderes gemacht habe, außer zu duschen. Und ich war bei der Polizei und das war ein männlicher Polizist, der dann vor mir saß in einem Vernehmungsraum, also in so einem Zimmer halt, sich das angehört hat und dann gesagt hat, ja, dann müssen sie allerdings wissen, dass sie ihre Geschichte 27 Mal erzählen müssen, dass mehrere Menschen mit in dem Zimmer sitzen. Und dass der Täter dann letztendlich zwei Zeugen hat, die seine Geschichte unterstützen und nicht ihre. Wollen sie das wirklich? Und zu dem Zeitpunkt war meine Seele schon so weit gebrochen, also in so viele kleine Stücke gebrochen, dass ich wusste, wenn ich das jetzt mache, dann wäre meine Seele wahrscheinlich komplett zerbrochen. Deswegen habe ich mich dann dagegen entschieden, als ich schon bei der Polizei war und quasi bereit war, eine Anzeige zu erstatten. Ich habe ganz lange niemandem erzählt, was da passiert ist, weil ich immer dachte, ich muss stark sein und ich muss das alleine hinbekommen. Ich habe meinen Eltern bis vor wenigen Monaten nicht davon erzählt. Meine Eltern haben durch den ersten Podcast, den ich gegeben habe, davon erfahren, also sie haben mich darauf angesprochen. Sie haben sich davor psychologische Beratungen geholt, was sehr geholfen hat in dem Gespräch, weil sie gefestigt waren. Also wären sie jetzt unsicher gewesen, wäre das wieder ein Problem für mich gewesen. Mein Tag ist immer super strukturiert, also Solisten und Struktur geben mir Halt. Das heißt, momentan wache ich früh auf und stehe dann auch eben direkt auf, also es ist momentan so zwischen 7 und 7.30 Uhr. Der Tee macht mich noch mal ein bisschen ruhiger, also es ist für mich so mein, ich muss mich entspannt hinsetzen können morgens und Tee trinken können, sonst ist das für mich kein richtiger Morgen. Ich hatte erstmal für gar keinen Menschen mehr Vertrauen. Auch in meiner Beziehung damals musste sich das komplett neu aufbauen. Als ich noch mit meinem Exfreund zusammen war, die weiteren drei Jahre hatten wir nochmal Sex, aber nicht oft. Es war quasi so, dass er mich jedes Mal neu überreden musste, dass er kein Täter ist. Er hat mich emotional quasi über Jahre gestützt und mich nie unter Druck gesetzt, was zu machen, was ich nicht möchte. Ich fühle mich recht schnell eingeengt, auch von Kleidung zum Beispiel. Ich trag keine kratzigen Stoffe, das engt mich ein. Oder ich trag schon seit längerer Zeit keine engen Jeans mehr, weil mich das irgendwie einengt, ich krieg dann keine Luft. Kleidung hat eine große Bedeutung, weil ich quasi mit dem, was ich anziehe, nicht noch extra provozieren möchte. Hohe Schuhe trag ich zum Beispiel super selten und auch nur, wenn ich Auto fahre, weil ich dann weiß, der Weg zum Auto und vom Auto zur Location und ich muss nirgendwo lang laufen, wo Menschen mich ansprechen könnten. Also ich war relativ schnell nach der Tat bei einer Psychotherapeutin. Zu dem Zeitpunkt war ich aber gerade frische 18 und war deswegen noch in der Jugend- und Kinderpsychotherapie und noch nicht bei einem richtigen Therapeuten. Ich habe danach nicht mehr wirklich geschlafen nachts und aufgewacht habe, geschrien, konnte keine Ruhe finden. Und dementsprechend hat die Therapie auch nicht wirklich helfen können, weil ich der Therapeutin nie gesagt habe, was eigentlich passiert ist, sondern ihr nur gesagt habe, dass ich nicht schlafen kann. Ich habe Medikamente für schlimme Angstattacken bekommen. Also ich habe die nicht regelmäßig genommen, sondern ich habe welche mitbekommen, die ich bis heute in meinem Portemonnaie habe, falls eine Situation besonders schlimm ist. Und dann in Berlin bin ich zur Therapeutin gegangen, Traumatherapie. Und habe das ein halbes, dreiviertel Jahr gemacht. Und jetzt gerade bin ich in Verhaltenstherapie. Also eine wirklich schlimme Panikattacke hatte ich auf einem Konzert. Das waren viele Männer. Und auch viele Männer, denen ich nicht vertrauen würde. Da habe ich zu viel gekriegt. Also das waren mir zu viele Menschen, vor allem zu viele Männer. Ich konnte nicht mehr atmen. Und dann bin ich wortlos, also ich bin einfach aufgestanden, bin wortlos durch die Menschenmassen gegangen und habe mich draußen hingestellt und geatmet, weil ich nicht mehr, keine Luft mehr gekriegt habe da drin. Ich habe deutlich weniger Freunde seitdem, aber sehr gute. Also jetzt zu diesem Zeitpunkt habe ich Freunde, ich wüsste bei allen, sie würden quasi von einer Brücke springen, um meinen Hund zu retten. Das weiß ich bei allen meinen Freunden. Die wissen auch alle Bescheid und die wissen alle, wie sie mit mir umzugehen haben in Situationen. Die gehören für mich quasi mit zu meinem Safe Space. Mein Herz für Anna ist komplett voll mit Liebe für sie. Wir haben uns über eine Dating-App kennengelernt und als wir uns dann gesehen haben, wirkte sie sehr sicher. Anna ist ja sehr tätowiert, also Anna hat viele Tattoos und das hat für mich irgendwie so Stärke ausgestrahlt. Ich glaube, das Schönste ist, dass sie ähnlich fühlt wie ich. Wir sind nicht komplett unterschiedlich gebaut. Das macht es leicht. Sie ist liebevoll und sie versteht mich, ohne dass ich das oft sagen muss. Wir sind seit drei Jahren zusammen und seit Januar verheiratet. Ich meine, viele verloben sich, aber es dann wirklich durchzuziehen zeigt einfach auch, wie zielstrebig wir zusammen sind und dass da eigentlich nichts dazwischen passt. Ich habe gesagt, du wirst mich jetzt nicht mehr los, weil du auch auf dem Papier zu mir gehörst. Über die letzten Jahre hat sie sich sehr in ihrer Entwicklung gesteigert, sehr gefestigt auch. Also ich habe das Gefühl, dass sie genau weiß, wer sie sein will und wer sie ist. Also Anna hat einen großen Anteil an meiner Entwicklung, würde ich sagen. Auch einfach, wenn man einen sicheren Boden hat, dann ist es einfacher, total poetisch, auch mal zu fliegen. Vor ein paar Tagen habe ich ein Weinglas abgespült und abgetrocknet und beim Abtrocknen habe ich zu doll zugedrückt mit dem Handtuch und dann ist mir in der Hand das Weinglas zersprungen. Und ich kann absolut kein Blut sehen und kriege sofort Panik, wenn ich Blut sehe, eben aufgrund der Situation damals. Und bin dann, das war morgens früh, Anna hat noch geschlafen, bin dann ins Schlafzimmer zu ihr rein und habe ihr einfach nur meine Hand hingehalten und habe gesagt, mir ist ein Glas kaputt gegangen, gleich blutet meine Hand, du hast 30 Sekunden. Und dann ist Anna aufgestanden, hat ein Tuch geholt, hat quasi mich draufdrücken lassen, dass die Blutung aufhört, mir dann direkt ein Pflaster geholt und so meine Panik ein bisschen zurückgenommen. Ich glaube, man sollte über Trauma verstehen, dass es keine Wunde ist, die einfach so wieder heilt. Also man ist nicht irgendwann wieder heil. Man ist vielleicht zu 70 oder 80 Prozent irgendwann wieder funktionsfähig, aber man kommt nie wieder zu diesem Punkt zurück, an dem man mal war. Tatsächlich war der Auslöser, dass ich bei Instagram in einer Story gesehen habe von einer, die, also die hat quasi ein Profil, wo Frauen ihre Geschichte erzählen. Und dann habe ich ihr ein paar Sätze geschrieben und ihr dann auch ein Foto mitgeschickt und sie durfte mich dann auch verlinken. Und dann habe ich das Ganze, als es online ging, bei mir geteilt und habe so unfassbar viel Resonanz bekommen, von so vielen Frauen, die mir geschrieben haben und auch Mädchen, die mir geschrieben haben, dass ihnen Ähnliches momentan passiert, gestern passiert ist oder eben auch vor Jahren passiert ist. Auch jetzt noch bekomme ich regelmäßig Nachrichten, auch detaillierte Nachrichten. Also es sind hauptsächlich Frauen. Mir hat auch schon ein Mann geschrieben, aber eigentlich nur Frauen und auch viele Mädchen. Also zwischen zwölf und sechzehn. Ähm, und meine erste Antwort ist, also ich bedanke mich immer erstmal für die Offenheit. Und sag, dass das Vertrauen mir sehr viel bedeutet und leite dann schnell an Hilfetelefone weiter. Weil ich keine Therapeutin bin. Also ich habe jahrelang geschwiegen und nichts gesagt, weder über meine Situation noch zu sexistischen Männern. Ähm, und jetzt bin ich raus aus dem Schweigen und kann den Mund dementsprechend nicht mehr halten. Mir fällt es schwer, das Wort Vergewaltigung in den Mund zu nehmen. Weil ich finde, so Wörter wie Missbrauch oder Vergewaltigung sind Wörter, die den Täter schützen. Die das schönreden. Vergewaltigung hört sich sehr, sehr gut ausformuliert an. Also das hört sich an wie, ich hatte einen Verkehrsunfall. Das hört sich nicht an wie, mir wurde mein Willen genommen und ich habe sehr viel Blut verloren. Und ich habe in der Nacht gedacht, ich muss sterben. So hört sich Vergewaltigung nicht an. Deswegen ist das für mich ein absolutes Fremdwort, das auszusprechen. Zu sagen, ich wurde vergewaltigt. Das hört sich auch einfach so passiv an. Also natürlich wurde was mit mir getan, aber ich war nie passiv. Also ich war ja da. Ich war schon aktiv an diesem Ort. Also anderen Survivern würde ich gern mit auf den Weg geben, dass sie drüber sprechen sollen. Dass drüber sprechen hilft. Und dass sie nicht meinem Beispiel folgen sollen, sieben Jahre nicht zu sprechen. Sondern lieber meinem Beispiel jetzt folgen sollen. Und dieses Thema auch nicht hinter hervorgehaltener Hand und dem Flüsterton besprochen werden sollte, sondern man sollte es rausschreien. Man sollte vor die Tür gehen, die Fenster aufreißen und schreien. Damit es jeder hört. Damit jeder weiß, dass das passiert. Und ja auch nicht nur dieses mediale Bild, was man hat, man wird in Gebüsch gezogen und man kennt den Täter nicht. Sondern dass es genauso im Bekanntenkreis passieren kann. Dass es mit dem eigenen Partner passieren kann. Und dass wenn man das überlebt hat, dass man stolz auf sich sein darf und sagen kann, ich habe das geschafft. Ich alleine habe mich da rausgeholt. Ich werde oft als mutig bezeichnet und das gibt mir total viel Kraft, weil ich mich eine Zeit lang sehr schwach gefühlt habe. Und jetzt stärker denn je. Also es fühlt sich manchmal morgens an, als würde ich die Welt retten wollen. Ganz alleine. Freiheit bedeutet für mich, mich frei bewegen zu können, ohne darüber nachdenken zu müssen, wer da jetzt sein könnte. Und wie nah die Person mir kommen könnte. Das ist Wind, Sonne bestenfalls, Geschwindigkeit, Adrenalin. Das ist Freiheit. So die Situationen, die ich auch am liebsten habe, die sind weitläufig und groß und frei. Danke. Man muss schon ein bisschen verrückt sein, wenn man freiwillig mit Christina zusammenleben möchte. Mein Scherz. Manchmal kommen solche Reaktionen wie, ah krass, ihr seid zusammen. Das ist gar nicht deine Schwester. Manche Stellungen gehen halt von der Körpergröße oder Körperfunktionalität, der Stabilität der Knochen. Manche die ganzen Turin Lantern der Knochen. Manche die Handling. Mann, sta dann.